Hallo, ich bin der Tim, alle da draußen. Ich bin von der Humboldt-Uni ein Student der Informatik und heute auf dem Google Developer Day, um mich weiterzubilden und zu informieren. Ja, ich habe damals noch ein bisschen mehr in der Spielebranche unterwegs gewesen und bin unterwegs gewesen und habe für meinen Clan so eine schöne Übersichtsgarte gemacht, wo die ganzen Mitspieler herkommen und da konnte man wunderschön mit dem Google Maps APIs arbeiten. Mich interessiert am meisten die Web-Technologien und was es da so zu machen gibt. Auch vor allem Android, weil ich habe ein Android-Telefon und habe auch schon mal ein bisschen damit rumgespielt. Aber weil ich auch öfter mal, öfter, gerne Webseiten baue oder so und da sind eben gerade Technologien, die man mit Google einbinden könnte, die sehr interessant sind, um eine wertvolle Webseite zu bauen. die man gern nutzt und nicht nur zur Informationsübertragung. Statisches Web war gestern.